Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Alter Schwede! Ich weiß nicht, was da gerade so tut und äh... Ich denke mal, das ist ober uns. Ich hab keine Ahnung. Alter, ich versuche gerade Sachen zu finden, die wir brauchen können eventuell. Bin gerade wieder mal leicht angespannt. Was? Ja. Schön. Er beobachtet uns. Wir können nicht weg. Gut. Das ist sehr beruhigend. Da ist ein Koffer, den hab ich ganz übersehen. Ist der? Ja. Oh! Wow! Eine Schrottflinte! Wow! Ähm, diese... Diese Reptierschrottflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Jössesna! Wie schön! Das ist aber schön! Und das gefällt uns. So. Dann schauen wir hier noch rein. Yay! Ich bin gerade gewillt, zurückzulaufen. ganz schnell. Ich weiß genau, was ich meine. zu unserem Platzerl. Und wieder was Neues zu lernen. Ich glaube, das wäre vielleicht sinnvoll. Und speichern wir auch nicht schlecht. Ich hoffe nur, dass ich da heil hinkomme. So. Dauert ein bisschen. Wir sind nicht so gut zu Fuß. Oh, da steht einer. Ah, den hätte ich vielleicht umbringen sollen. Ah, riskant, riskant. Aha, da ist eine Bombe. Ich habe Angst, dass ich erschossen werde. Ah, vielleicht haben wir Glück. Anzünden kann ich ihn leider nicht. Halt, was war da gerade? Nehm. Ah, merkst. Gut. So. Mal durchschnaufen. Ich will unbedingt zurück noch schnell zur Gnädigsten. Ich will das unbedingt noch schnell speichern. Ich weiß, es ist ein weiter Weg bis dorthin, aber wir haben recht viel erreicht und es wäre mir echt lieb, das abzusegnen. Mal durchschnaufen. Boah. Boah. Der Kerl ist das so ungut. Ach ja. Immer schön mit der Ruhe. So. So. Ja, geht da rüber. Fein, magst du das? Gut. Oh, da ist jemand. Alter, diese Sau, ne? Boah, jetzt kommen die. Ich glaube, das kann ich vergessen. Ähm. Ich brauche es zum Heilen. Na, großartig. Das habe ich super hinbekommen, echt. Da. Hier rum geht wahrscheinlich nichts, oder? Was haben wir da? Oh. Eine Kiste. Kiste öffnen. Oh, je. Leiderste. Halten zum Öffnen. Okay, hat das jetzt hingekommen mit den Schärfen? Ich glaube. Wow. Neuer Gegenstand. Ähm. Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden an Wänden und sogar auf Gegner platziert werden. Schön. Noch mehr? Munizionchen. Ja, die Kisten hat sie ausgezahlt. Muss man nicht sagen. So, kommen jetzt die Hampelmänner hierher? Das ist ein bisschen ärgerlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt nicht speichern kann. Der hat das so gern speichern. Von da kommen wir nirgends wohin, ne? Ich würde das liebend gern speichern, echt. Aber bei den Deppen irgendwie ver... Ah ja, ich weiß schon wie. Wir können ja beim Hau... Also hier rauf, ne? Das müsste gehen. Warte. Wir haben mal unser Glück. Also. Dann können wir nämlich auch gleich mal schauen, ob wir hier was brauchen. Ah, Feuerzeug, wie schön. Feuerzeug, wie schön. Feuerzeug, wie schön. La la la, Feuerzeug. Ach, wie ist das schön. Dann entschärfen wir die da mal kurz. Zack. So, Material bekommen. Sehr gut. Dann rennen wir weiter. Ich hoffe, ich trigger noch den Deppen da unten. Ah, ich vergehe schwer auf den. Und Fehler. Ich vergehe schwer auf den. Oh, nein. Weil ich es immer gnädig habe. Immer habe ich es eilig. Immer. Scheiße. Hoffentlich hat das irgendwo gespeichert. Das wäre jetzt ganz lieb. Und ganz schön. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Ich schaffe das nie. Ich schaffe das nie hier durch. Oh, Gott. Nein. Hammer. Was haben wir jetzt eigentlich? Oh, die Axt, ne? Die Axt statt das Feuerding ist eine blöde Idee, glaube ich. Oder? Also hatte ich keine Axt. Wo sind nämlich eigentlich diese Ding da? Die brauche ich gar nicht. So. Die ist mir lieber. Aha, wenn ich sie nehme? Okay. Ja, ich bin ja wieder noch wie vor am Üben. Ich kontrolliere gleich mal, ob man... Ich glaube, das hat alles nicht gezählt, ne? Na, was tust du denn, du Idiot? Jetzt hebt er das auf. Es ist ein Volltrottel. Echt. Ein Idiot, sondern dergleichen. Was kann ich dazu echt nicht sagen? Na, da hat gar nichts genommen. Gar nichts gespeichert. Scheiß-Dreck. Boah, das war es knapp. Puh. Alter. Ah, okay. Ich fackel da jetzt einfach mal ein bisschen ab. Vielleicht hilft es ja. Ja, schön. Passt. So. Ach, scheiße. Das hat alles nicht gezählt, weil ich einfach nichts kann. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Aber jetzt entschärfe ich mal den Dreck zuerst. So. Das zuerst. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal diese Bombe hinkriege, dass ich auf die nicht mehr vergisse. Scheiße. Da muss ich das nochmal machen. Ah, was für ein Dreck. Echt unglaublich. Na, zu früh. Ich habe immer nervösen Finger. Ich kann nichts dafür. Ich bin echt arm. Ich bin echt arm, was das betrifft. Den habe ich schon immer gehabt, diesen nervösen Finger. Ganz besonders, wenn ich nervös bin. Ich werde dann nie mehr fertig mit dem Level. Nie wieder. Niemals, niemals, niemals. Aber so ein Blut kann man speichern. Ich soll nicht so jammern. Was haben wir denn da? Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Kommt der Kribbel wieder? Ich brauche die Fackel. Na, du sollst nicht schlagen. Du sollst das aufheben. Idiot. Komm her. Ja, du. Was ist der blöd? Ah, da sind mehrere. Wie ging das, dass der eine direkt zu mir kam? Ah, da. Alter. Jetzt haben wir. Ich glaube, da ist noch einer. Ja, ja. Also, wenn er dann bald nicht der Schlag trifft, dann weiß ich auch nicht. Axt habe ich keine. Da, mal hoch. Alter. So. Nachland auch erst. Alter. Ja, ja. Das ist sie. Unglaublich ist das. Echt. Das ist einfach nur unglaublich. Ich weiß dazu nichts mehr zu sagen. Echt. Jetzt muss er das erst nachladen, weil er nichts kann. Oh Gott, ey. Ein bisschen mühselig ist das schon. Echt. Wieso hat jetzt der eine kein grünes Elixier? Bitte? Warum nicht? Oh Gott. Unglaublich ist das echt unglaublich. 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 Ja, hör auf zum Wilden. Zum Herumtoben. Das bringt dir nichts. Kommt jetzt jemand. Oh Gott. Schaut nicht so aus, ne? Na. Dann nochmal das Ganze von vorn. Der Part ist ja auch bald zu Ende, wenn ich so weitermache und wieder nichts erreicht. Meine Güte. Aber mal entschärft. So. Wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin, schaffe ich das auch noch. Also. Yeah. Geht ja. Dann kann man hier eigentlich hoch. Der Umfang auch noch irgendwas. Zum Mitnehmen. Und dann wird es mal Zeit, dass ich wieder speichern gehe. Weil das ist so armselig, was ich da mache. Übelst. So. Her mit dem Zeug. So. Her mit dem Zeug. Ist da noch was? Da hinten, glaube ich, ne? Ja. Noch so ein grünes Dingens. Passt. Prost. So. Ich glaube, das hätten wir, ne? Das wäre alles. Gut. Dann. Nichts wie runter. Jetzt ist halt die Frage. Wenn wir es tatsächlich schaffen würden, die großen... Was? Da! Da ist ja einer. Komm da. Ja, komm. Kommt da rauf, Frau? Nichts. Wo ist denn der Depp jetzt hin? Ah, da runter, okay. Und was macht der Trottel jetzt? Keine Ahnung, ne? Der Depp sollte jetzt unter uns sein, ne? Was? Wir sind voll? Ach, komm. Ah, da kommt der eh schon. Den machen wir noch platt. Das ist kein Problem. Das ist nur einer, ne? Ja. Den fackeln wir schnell ab mit der Fackel. Das war deutsch, ne? Kommt der halt noch? Aha, das ist auch Vollspritze. Ja, komm her, Freund. Hallo? Dann halt so. Gut, ja. So, hast du was von Wert? Na. Okay. Oder? Doch. War da was? Nö, ne? Na. Gut. Lalalala. Gut, da hätten wir noch ein bisschen Feuerzeug. Da hätten wir noch eine Spritze. Das heißt, wir benutzen mal eine. Zack. Und nehmt die mit. Da, was haben wir hier? Oh, Munizienchen. Ja, voll. Schön. Nehmen wir auch gern mit. Die laden wir gleich mal nach. Dann können wir die mitnehmen. So ist fein. Gut. Untersuchen. Brauchen wir nicht. Da sind wir voll. Gut, dann würde ich sagen, wir laufen da rüber. Den lassen wir da unten noch herumtanzen. So, und machen wir das. So, ist gut. Dann gehen wir mal runter. So, dann müssen wir hier rüber. Dann müssen wir hier rüber. Dann müssen wir hier rüber. So, normal müssten wir da alles besiegt haben, ne? Also, ich hoffe... Ah, vor der Haustür waren noch welche, ne? Es kann sein, dass die jetzt hier reinkommen. Ich hoffe es nicht. Aber man weiß ja nie. Da. Rein da. Und einmal speichern. So. So. Tadda. Tada. So, ich würde sagen, es wird sich anbieten, dass wir eventuell... So, hier ist nichts Neues. So, hier ist der Typ, also. Ja. Wir werden ganz schnell mal auf den Stuhl. Und werden wir uns eine neue Fähigkeit gönnen. Ich würde sagen, die Spritzen vielleicht, ne? Dass die mehr Wirkung haben. Wenn wir eh nur zwei tragen dürfen, glaube ich, die Spritzwirkung ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Wenn's halt geht. Was? 5.000 benötigt die? Na, oder? Echt? Okay, dann geht die nicht. Die wird gehen. Maximale Sprintdauer. Boah, das ist halt echt... Und Nahkampfschaden wird auch gehen. Wäre der vielleicht besser, ne? Mach mal Nahkampfschaden. Okidoki. Passt. Sehr gut. So. Keine Planänderung. Ist halt so. So. Schön. Lalalalala. Gnädigste. Einmal speichern. Entschuldigung. Ich will sie immer schlagen. Ähm. Einmal speichern, bitte. Ja, kommt halt vor. Ähm. Ja, hier drauf. Ich bitte darum. Passt. So. Gut. Das Tolle ist, dass man jetzt immer speichern kann. Das finde ich super. Jetzt kann ich mir richtig Zeit lassen mit dem Level. Weil... Und auch mit der Aufnahmesession. Jetzt kann ich das Ganze in Ruhe spielen. Das ist angenehm. Aber das ist halt ekelig. Ja. Ja. Und... Zack. Gut. So. Schauen wir mal, ob da draußen irgendjemand damit ist. Hallo. Ich wollte die mit Absicht triggern. In der Hoffnung, dass die herkommen. Ich nehme gleich mal meine Buffen. Wobei, die Schrot wird sich auch schon rentieren. Habe ich die jetzt überhaupt? Na, die ist noch da hinten in der Kiste, ne? Die muss ich auch noch holen. Da ist jemand. Ich hoffe, ich habe die Wischi dann. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Den Hammer erledigt. So. Jetzt hoffe ich nur... Wow! Oh weia. Oh weia. Oh weia. Oh. Glück gehabt. Das war jetzt reines Glück. Kontrollpunkt. Das freut mich. Das freut mich gerade. Kontrollpunkt. Das freut mich. Wow. So. Das freut mich gerade. Ich will nämlich versuchen, nochmal die Kiste da hinten aufzukriegen. Und der Part ist schon wieder zu Ende, ne? Da ist niemand. Was? So. Was? Na! War da eine Bärenfalle? Die habe ich vergessen. Er hat ja Kontrollpunkt gemacht, ne? Das müsste hier sein. Moment. Das machen wir noch schnell. Da sind wir vor der Kiste stehen. Das wäre mir ganz recht. Ja, bitte. Ähm. Die Bärenfalle, ich habe vergessen. Oder habe ich die letztes Mal auch übersehen? Oh je. Na ja, gibt Material. Gott sei Dank kann man da immer laden. Also der Kontrollpunkt hätte nicht besser passen können. Echt. Der hätte jetzt nicht besser passen können. Was? Na, warum da herum? Ja, ist wahrscheinlich so. Aber die beiden müssten jetzt hin sein, ne? Das müsste schon stimmen. Ja. Sehr gut. So. Langsam. Das ist da, ist sie. Du Mistfalle, du. Du Dreckharte. So. Und das noch schnell. Ja. Ah. Okay. Puh. So. Den Explosivpolzen wissen wir schon. Das Material nehmen wir mit. Ach. Gut. So. Scheiße, wo war jetzt? Ah, ich weiß schon wieder, wo die war. Genau bei dem Heißel da oben. Das passt mir jetzt eh ganz gut. Ähm. Ich werde dann trotzdem nochmal zurücklaufen, schnell speichern. Ähm. Ja, ich muss die kleinen Fortschritte, muss ich mir gönnen. Ähm. Sonst komme ich dazu gar nichts mehr. Tut mir sehr, sehr leid. Okay. 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 Normalerweise müssten wir jetzt hier sicher sein. Und den Part beenden wir jetzt auch gleich. Da sind wir nämlich schon sicher. Und dann können wir im nächsten Part uns da weiter durchquellen. Also gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.